Hallo meine Lieben, da es sich viele unter meinem letzten Community-Post gewünscht haben, habe ich heute eine Challenge mit einem Senioren im Fokus für euch. Eine kreative Seniorin, die verrückt nach Katzen ist, nimmt ihre junge Nichte bei sich auf. Die Eltern des Kindes sind verstorben und sie ist die einzige verbleibende Verwandte, die das Mädchen jetzt noch hat. Sie kommt in dem etwas speziellen Haus der Tante unter und jagt fortan von dort aus ihren Träumen hinterher. Welche Träume das sind und wie das Zusammenleben der beiden aussehen soll, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Meine EA-ID sowie alle Infos rund um die Challenge findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Los geht's! Die Vorbereitungen Ihr erstellt als erstes die Katzenlady. Ein Katzenopi wäre auch möglich. Sie soll eine Senioren mit dem bestreben Tierfreundin sein. Ihre Merkmale sollen Katzenfreundin, Einzelgängerin und kreativ sein. Sie kann ruhig etwas schräg aussehen und Kleidung sowie Accessoires mit Tiermotiven tragen. Falls euch dieses Bild von der Katzenlady nicht gefällt, könnte sie auch eher schick und elegant gekleidet sein. So ein Stil würde auch zu ihr passen. Das Spiel beginnen soll sie mit zwei Kätzchen, einem Männchen und einem Weibchen. Die Rassen könnt ihr frei wählen. Ich habe mich hier für Langhaarkatzen entschieden. Denn wie wir alle wissen, hegen und pflegen Katzenladys ihre Babys den lieben langen Tag. Und wenn ich an eine solche Lady denke, habe ich eine Dame vor Augen, die ihre Langhaarkatzen liebevoll bürstet. Eine Katze soll das Merkmal herumtreiber bekommen und die andere Katze anhänglich. Die restlichen Merkmale sind frei wählbar. Vom Wesen her sind die Tiere demnach genauso gegensätzlich wie Tante und Kind. Ihr könnt nun eine Nichte oder einen Neffen erstellen, indem ihr der Lady einen Bruder oder eine Schwester gebt und für diesen Sim dann ein Kind erstellt. Nachdem ihr die Beziehung richtig eingestellt habt, löscht ihr einfach diesen Aushilfs-Sim Weg mit dir, wir brauchen dich nicht, damit ihr zu Spielbeginn gleich die richtige Ausgangssituation habt. Das Kind könnt ihr äußerlich gestalten, wie ihr mögt. Das Geschlecht ist auch egal. Im Gegensatz zur Tante hat das Kind nichts mit Kreativität am Hut. Das Bestreben soll kleiner Frechtag sein und das Merkmal fröhlich. Es soll ein Wildfang sein mit vielen Ideen, Interessen und Träumen. Ihr könnt das Kind auch ein Alien, ein Vampir oder Magier sein lassen, indem ihr zum Beispiel die Challenge mit einem bestehenden Spielstand spielt und dem Haushalt ein Kind eurer Wahl hinzufügt. Somit wird das Ganze noch etwas knackiger, aber es ist kein Muss. Der Haushalt soll nun ein kleines Grundstück beziehen, das maximal 20x30 groß ist, am besten nur 20x15 und das für einen 1-2 Personenhaushalt gedacht ist. Ihr könnt ein einfaches Startergrundstück beziehen, aber ich schlage euch hier das Katzenkrallen Cottage im Brindleton Bay vor. Das Haus ist für ein 1-2 Personenhaushalt gedacht und hat zwar keinen Garten, aber dafür ein schönes Areal drumherum, das zum Erkunden einlädt. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass es kein freies Zimmer für das Kind gibt, oder? Das passt aber in meinen Augen super zu unserer Katzenlady-Challenge. Sie lebte bisher schließlich alleine und brauchte auch nur ein Haus für sich und ihre Babys. Das Kind muss also erstmal anders untergebracht werden. Später dazu mehr. Da das Grundstück natürlich weitaus mehr kostet, als der Haushalt an finanziellen Mitteln zur Verfügung stehen hat, müssen wir ein wenig sheeten. Allgemein gilt, dass ihr mit einem Budget von 50.000 Samorians starten sollt. Ihr lasst den Haushalt deshalb erstmal auf ein Grundstück ziehen, setzt das Haushaltsbudget mit den Sheets Testing Sheets True und Money auf 0, gebt dann den Motherload Sheet ein und bezieht dann das Grundstück eurer Wahl. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Weg wählen, um das Haushaltsbudget auf 50.000 anzupassen. Das Grundstücksmerkmal Katzentreffpunkt darf hier natürlich nicht fehlen. Der Einrichtungsstil soll, wie sollte es bei einer Challenge mit diesem Titel auch anders sein, die Katzenliebe natürlich zum Ausdruck bringen. Diejenigen unter euch, die das Accessoire-Pack Mein erstes Haustier haben, können sich hier besonders austoben. Weil die alte Dame zu Spielbeginn in eher bescheidenen Verhältnissen lebt, soll auf Unterhaltungselektronik verzichtet werden. Ein Computer darf nur für einen bestimmten Zweck gekauft werden. Warum, erzähle ich gleich. So wird gespielt. Endlich. Die Katzenlady lebt mit ihren Katzen zurückgezogen in ihrem Haus. Wegen ihrer Art Sozialphobie verlässt sie ihr Grundstück nicht und kümmert sich dafür voller Hingabe um ihre kleinen Fellnasen, von denen sie zu Beginn zwei besitzt. Sie sind ihr Ein und Alles und sie verbringt deshalb viel Zeit damit, sie zu hegen und zu pflegen. Mit viel Freude backt sie ihnen kleine Snacks und hat auch ein großes Herz für die Streuner, die gelegentlich bei ihr zu Besuch kommen. Leider kann sie ihren Lebensabend nicht genießen, denn große Geldsorgen plagen sie seit längerem. Sie bekommt weder Rente, noch hat sie einen regulären Job. Einzig durch die Arbeit als selbstständige Künstlerin muss sie versuchen, über die Runden zu kommen. Wenn sie als Schriftstellerin arbeiten soll, was ich persönlich sehr passend fände, darf und muss sie natürlich einen Computer haben. Das ist die eben gemeinte Ausnahme. Für diesen Zweck darf man den Computer kaufen und nutzen. Gezockt wird allerdings nicht. Die Situation wurde mit dem Einzug der verwaisten Nichte nicht gerade einfacher. Sie hat niemanden außer der Katzenlady und dies lässt die ansonsten introvertierte und kauzige Frau nicht kalt. Die Kleine muss in das Leben der Lady und ihrer Miezen integriert werden. Als erstes muss Platz für das Kind geschaffen werden. Hier habt ihr einen gewissen Spielraum. Ihr könnt, sofern ihr einen Raum übrig habt, diesen für das Kind einrichten. Oder, so mag ich es auch am liebsten, ihr sucht eine kreativere Lösung. Da ihr mit einem Haus für einen 1-2 Personenhaushalt gestartet seid, könnt ihr schauen, ob ihr eine geeignete Stelle findet, um einen Raum anzubauen. Oder vielleicht gebt ihr dem Kind auch nur eine Kammer oder quartiert es mit dem Schlafzimmer der Katzenlady ein. Darf das Kind, sobald die Beziehung zwischen Kind und Tante gut ist, mit dem Bett schlafen? Oder sind ihr doch die Katzen wichtiger? Hier könnt ihr entscheiden, wie ihr spielen wollt. Die Katzenlady hat folgende Aufgaben. Sie kümmert sich um ihre Tiere und soll sich mit 10 Streunern anfreunden und 3 von ihnen adoptieren. Sie soll eine kreative Fähigkeit maximieren und das Kind darf ihr nicht weggenommen werden. Das Kind soll gut in der Schule sein und sich mit um die Tiere kümmern. Es bemüht sich um gute Noten, aber die höchste Priorität haben die Schulnoten nicht. Viel wichtiger ist dem Kind das Knüpfen von neuen Kontakten und Freundschaften sowie das Aufbauen unterschiedlicher Fähigkeiten. Da es ohnehin bei der Katzentante kein cooles Spielzeug gibt, treibt sich das Kind lieber herum und erkundet gerne die Umgebung rund um das Haus und sucht den Kontakt zu anderen Zimmkindern und Tieren. Der kleine Wildfang ist quasi die Zukunft dieses Haushalts. Da die Katzenlady schon eine Seniorin ist, wird sie nicht ewig da sein. Mist. Wenn ihr mögt, dürft ihr aber den lebensverlängernden Trank aus dem Belohnungstor kaufen. Das Mädchen wird also den Haushalt fortführen, wenn die Tante gestorben ist. Bis es aber soweit ist, wird sie dem Einfluss der Tante ausgesetzt sein. Je nachdem, wie ihr die Beziehung der beiden gestaltet, soll sich das Kind entwickeln. Wenn zum Beispiel das Kind eher schlecht umsorgt wird und es zum Beispiel keinen eigenen Bereich hat und nur auf dem Sofa schlafen kann, könnte man das Kind zu einem Sim heranwachsen lassen, der Katzen nicht mag, sondern Hunde oder Tiere generell verabscheut. Das Kind könnte bei einer guten Beziehung aber auch in die Fußstapfin der Katzenlady treten. Oder, und jetzt kommt mein Lieblingsszenario, einen spannenden Mittelweg finden. Das Kind könnte später genauso zurückgezogen mit den Katzen leben, könnte sich die Tante als Vorbild nehmen und ebenfalls Künstlerin werden oder wegen der hingebungsvollen Art der Tante den Wunsch entwickeln, Tierärztin werden zu wollen. Wenn die Tante fleißig war, habt ihr vielleicht schon ein gutes Budget für eine Praxis zusammen. Alternativ kann es sich das Kind zur Lebensaufgabe machen, Streuner aus der Nachbarschaft zu versorgen. Ich habe die Challenge recht offen gestaltet, damit ihr sie individuell spielen könnt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sie spielen kann und genau das finde ich reizvoll. Wenn ihr mögt, könntet ihr sie auch mit dem neuen Kohlescheffeln-Szenario verbinden. Was haltet ihr von der Idee? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Marisa